2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir nicht 36 Fragen, sondern 37, denn damit sind wir dann mit dem Grundstoff durch. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Zusatzstoff. Bedeutet also, egal welchen Führerschein du machst, ob jetzt Motorrad, Roller, Auto oder sogar Mofa, wobei Mofa ja kein Führerschein ist, benötigst du ja dieses Grundwissen. Und das haben wir jetzt alles hier in dieser Playlist rechts oben auf dem i. Kommst du auf diese Playlist, dann kannst du dir alle Fragen zum Grundstoff anschauen mit den richtigen Antworten. Und heute gehen wir die letzten Fragen und Antworten vom Grundstoff durch. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit den klassenspezifischen für das Auto. Warum ist bereits der einmalige Konsum von Drogen für die Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich? Weil er zur Fahruntüchtigkeit führen kann. Weil er einen mehrstündigen Rausch verursachen kann. Weil er Wahrnehmungsstörungen verursachen kann. Also wie wir schon bei den anderen Fragen geklärt haben, alles was schlecht ist, klicken wir in dem Fall hier an. Wie lange sind Cannabis und dessen Abbauprodukte im Urin nachweisbar? Nur mehrere Stunden. Höchstens mehrere Tage. Noch nach Wochen. Also auch hier die schlechteste Antwort ist in dem Fall die letzte. Die klicken wir an. Okay, 50 Baustelle. Bisschen unübersichtlich, da da vorne eine Linkskurve kommt. Ja, also wenn wir jetzt einfach hinter dem Transporter mit auf den linken Fahrstreifen rüberziehen, ist die Gefahr natürlich groß, dass wir nicht sehen, was da hinter der Kurve angeschossen kommt. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ich fahre weiter, da möglicher Gegenverkehr bereits warten muss. Ich fahre weiter, wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt. Ich fahre weiter, um möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten. Also natürlich fahren wir erst weiter, wenn wir sicher sind, dass kein Gegenverkehr mehr kommt. Sie möchten nach links abbiegen. Welche Fahrlinie müssen Sie einhalten? Achtung, auch hier im vorletzten Video, es war glaube ich sogar die letzte Frage des vorletzten Videos, hier rechts oben Einbahnstraße, wenn du links abbiegen möchtest, dann musst du dich ja immer möglichst weit links einordnen. Und in einer Einbahnstraße ist möglichst weit links halt ganz, ganz links. Also so, dass halt, ja, möglichst weit links ist, kommt ja kein Gegenverkehr mehr. Hättest du das Schild mit der Einbahnstraße nicht, dann wäre der mittlere, die mittlere Fahrspur die richtige. Also es kommt natürlich auch immer auf die Straße drauf an, wie breit sie ist und so weiter. Aber in dem Fall natürlich ganz links. Die linke Fahrlinie. Du musst halt immer schauen, ob irgendwo ein Einbahnstraßenschild in der Nähe zu sehen ist. Was gilt in dieser Situation? Okay, pass auf, du darfst im Bereich von Fußgängerüberwegen oder sogenannten Zebrastreifen nicht überholen. Das heißt, du darfst jetzt nicht schneller fahren als dieser Radfahrer. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich darf den Radfahrer hier nur mit mäßiger Geschwindigkeit überholen. Ich darf den Radfahrer hier überholen, da kein Gegenverkehr erkennbar ist. Ich darf den Radfahrer hier nicht überholen. Ja, also wir dürfen ihn nicht überholen. Fertig. Unter welcher Notrufnummer erreichen Sie in Deutschland die Polizei und den Rettungsdienst? Und den Rettungsdienst. Das müsste 1.0 und 1.12 sein, oder? Ich glaube, 1.12 ist ja Feuerwehr, Rettungsdienst. Ich denke mal, wenn man 1.10 wählt, dann kommt da sowieso beides raus. Naja, versuchen wir mal unser Glück. Okay, also 1.10, da bist du in Deutschland eigentlich immer gut bedient. Was gilt in dieser Situation? Also, das Motorrad und wir, wir befinden uns auf einer abknickenden Vorfahrtstraße. Der Motorradfahrer bleibt auf dieser und wir verlassen sie geradeaus. Genau. Der Motorradfahrer befindet sich auf der Vorfahrtstraße. Wir kreuzen uns mit ihm, also müssen wir ihn zuerst fahren lassen. Das Motorrad muss warten. Nein. Ich muss links blinken. Ne, du fährst geradeaus, du musst nicht blinken. Der Motorradfahrer muss natürlich blinken, da er links abbiegt. Wer darf zuerst fahren? Ja, ganz einfach. Wir. Wir befinden uns auf einer abknickenden Vorfahrtstraße und folgen dieser. Der Traktorfahrer, der ist zwar auch auf einer abknickenden Vorfahrtstraße, aber er verlässt sie geradeaus, würde sich hiermit mit uns kreuzen. Dementsprechend dürfen wir zuerst fahren. Er muss warten. Und der Rote ist uns ja vollkommen egal. Der hat ja auch ein Vorfahrtgewähren. So, wer darf zuerst fahren? Ich. Was müssen Sie in dieser Verkehrssituation beachten? Ja, die Frage ist jetzt, ob er steht oder ob er fährt. Ich darf die Fahrstreifenbegrenzung überfahren, wenn es der Gegenverkehr zulässt. Fahrstreifenbegrenzung ist die durchgezogene Linie hier in der Mitte. Die darf nicht überfahren werden. Ich darf die Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren. Ich darf die Fahrstreifenbegrenzung zum Überholen überfahren. Okay, also hier ist gar nicht die Frage von parken oder fahren. Du darfst sie nicht überfahren. Fertig. Jetzt gibt es natürlich so ein paar Ausnahmen. Und zwar habe ich mal in einer Prüfung gehabt. Also wenn jetzt aus irgendeinem Grund der Traktor hier steht, also parkt, von mir aus hat er eine Panne oder er steht halt einfach da. Dann kannst du nicht einfach die 45 Minuten Prüfungszeit hinter dem Traktor verbringen und fährst natürlich nach Beobachtung der Spiegel. Du kannst jetzt zum Beispiel auch zum Prüfer sagen, ja, also ich würde jetzt an dem vorbeifahren, über die Linie fahren, weil das dauert ja sonst ewig und da ist vielleicht gar keiner drin oder der macht Mittagspause oder sowas. Dann kommunizierst du halt mit dem Prüfer. Aber grundsätzlich, wenn alles in Ordnung ist, dann darfst du diese durchgezogene Linie, also die Fahrstreifenbegrenzung, auf gar keinen Fall überfahren. Was ist auf dieser Vorfahrtsstraße zu beachten? Parken ist verboten. Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden. Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung ein Fahrstreifen von mindestens drei Meter bleibt. Jetzt pass auf, die wollen dich hier ein bisschen veräppeln. Die untere Antwort hört sich zwar sehr gut an, weil das mit den drei Metern, das ist ja so eine Sache. Allerdings befinden wir uns auf einer, ja gut, also es sieht aus wie eine Landstraße. Dementsprechend befinden wir uns außerorts. Und außerorts gibt es ja auf der Vorfahrtsstraße besondere Regeln, und zwar ist dort das Parken verboten. Und jemand, der das nicht weiß, könnte sich jetzt denken, ja gut, Parken ist erlaubt, inzwischen ein Parkenfahrzeug, eine Fahrstreifenbegrenzung, mindestens drei Meter. Ja, habe ich schon mal gehört, drei Meter. Das stimmt sogar. Allerdings gilt es nicht außerhalb geschlossener Ortschaften. Da darfst du nicht auf Vorfahrtsstraßen parken. So, die zweite Antwort war nochmal. Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden. Sie darf nicht überfahren werden. Also eins und zwei sind hier richtig. Ich gebe vier Fehlerpunkte. Ja, super, haben wir es gemacht. Sie möchten überholen. Was ist richtig? Hier haben wir eine einseitige Fahrstreifenbegrenzung. Das bedeutet, der Gegenfeldkehr dürfte nicht auf unseren Fahrstreifen ausweichen, wir aber auf seinen. Ja, also wie gesagt, wir dürfen überholen. Alles ist gut. Was müssen Sie in Verkehrssituationen wie dieser beachten? Ich darf die Leitlinie überfahren, um zu überholen. Die Leitlinie ist die gestrichelte Linie. Ich darf die Leitlinie nicht überfahren, wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird. Ich darf die Leitlinie überfahren, um an Hindernissen vorbeizufahren. Gut, also natürlich dürfen wir die Leitlinie zum Überholen überfahren. Wir dürfen sie nicht überfahren, wenn wir den Gegenverkehr dabei gefährden. Logisch. Und überfahren, um an Hindernissen vorbeizukommen. Das dürfen wir natürlich auch. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern E-Bikes im Straßenverkehr beachten? E-Bikes können in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden. E-Bikes können im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern unterschieden werden. E-Bikes können leicht am Motorgeräusch erkannt werden. Also auch hier wieder 1 und 2. Einfach die schlimmsten Antworten sind richtig. Dass die leicht am Motorgeräusch erkannt werden können. Das wäre ja, sagen wir mal, so etwas Positives. Ja, da weiß man gleich, aha, ein E-Bike. Aber so ist es ja nicht. Und dementsprechend nur 1 und 2. Das sind alles 3 negative Antworten. Also klicken wir alle 3 an. Ja, wir wollen hier wahrscheinlich rechts abbiegen. Genau. Und das geht jetzt nicht mehr. Wir sind auch auf dem Linksabbiegerstreifen. Also biegen wir einfach links ab. Das könnte man vielleicht machen, wenn hinter dir kein Fahrzeug kommen würde. Aber du hast ja den Bus hinter dir. Dementsprechend ist nur die erste Antwortmöglichkeit richtig. Sie nähern sich einem Bahnübergang. Die Schranke beginnt sich zu senken. Wie müssen sie sich verhalten? Ich schalte das Warnblinklicht ein. Ich fahre weiter, wenn kein Zug zu sehen ist. Ich warte vor dem Andreaskreuz. Also egal, welche Einrichtungen hier wirksam werden, natürlich wartest du vor dem Andreaskreuz. Die Straßenbahn bleibt hier stehen. Hier ist eine Haltestelle und die Leute wollen natürlich in die Straßenbahn ein- und aussteigen. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich bleibe hinter der Straßenbahn. Ich überhole die Straßenbahn links. Ich fahre rechts an der Straßenbahn vorbei. Also natürlich bleiben wir hinter der Straßenbahn stehen. Sie möchten während der Fahrt telefonieren. Was müssen Sie beachten? Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, wenn das Fahrzeug an geeigneter Stelle steht und der Motor vollständig abgestellt ist. Also in dem Fall ist die erste und zweite Antwortmöglichkeit richtig. Du benötigst eine Freisprecheinrichtung bzw. du darfst das Telefon während der Fahrt nicht halten oder bedienen. Und die erste Antwortmöglichkeit ist auch richtig. Also du darfst natürlich auch das Telefon in die Hand nehmen. Allerdings muss das Auto stehen und dein Motor oder das Fahrzeug muss stehen und der Motor muss ausgeschaltet sein. Und da reicht auch nicht die Start-Stopp-Automatik, sondern du musst auch die Zündung aushaben. Also im öffentlichen Straßenverkehr muss es natürlich verkehrssicher sein und es braucht eine Versicherung. Der Fahrzeughalter selber, das kann ja egal wer sein. Also das Fahrzeug muss ja nicht unbedingt auf dich angemeldet sein. Also zweite Antwortmöglichkeit ist falsch. Alles andere ist richtig. Also was man übergeben muss, naja, was du dir auf jeden Fall zeigen lässt oder ja, das machst du auf jeden Fall. Ja, du zeigst alles und nimmst auch alles vom Unfallgegner und fotografierst alles Vorder- und Rückseite. Und zwar aus dem Grund, ja, und zwar aus dem Grund, Fahrzeug, also Zulassungsbescheinigung, damit es garantiert ist, dass es das Fahrzeug ist, welches dir reingefahren ist. Führerschein, klar, alleine um festzustellen, wer diese Person ist, da steht ja alles Mögliche drauf und ob er überhaupt einen gültigen Führerschein hat. Und, ah ja, okay, Vertrag, ja, also den Vertrag für die Haftpflichtversicherung, den musst du nicht dabei haben bzw. musst du nicht zeigen. Aber du musst wissen, bei welcher Versicherung derjenige versichert ist. Und du musst auch wissen, wo du versichert bist und das musst du ihm sagen. Weil ihr müsst ja jeweils eure Versicherungen davon in Kenntnis setzen, dass ein Unfall passiert ist und die kümmern sich dann darum. Und wenn er dir jetzt sagt, ja, ja, mein Name ist so und so, Versicherung weiß ich jetzt nicht, fragen sie einfach mal nach, was glaubst du, wie viele Versicherungen es gibt und wie viele du abklappen müsstest, bis du denjenigen gefunden hast. Also das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht und zwar habe ich den Vertrag zur Haftpflichtversicherung angeklickt. Den Vertrag musst du natürlich nicht mitnehmen, aber du musst wissen, wo du und wie gesagt den Unfallgegner versichert ist. Sie fahren zur Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr. Welche Auswirkung hat das Fahren im Stop-and-Go-Verkehr? Mein Fahrzeug verbraucht mehr Kraftstoff. Mein Fahrzeug verursacht mehr Belästigungen für andere. Mein Fahrzeug verursacht mehr Abgase. Also auch hier sind alle Antwortmöglichkeiten richtig. Höherer Kraftstoffverbrauch, weil das Anfahren und Stehenbleiben bzw. das Anfahren am meisten Kraftstoff verbraucht. Dementsprechend natürlich belästigen wir andere damit, da auch hohes Verkehrsaufkommen hier in der Hauptverkehrszeit herrscht. Und natürlich auch mehr Abgase, denn der mehr verbrannte Kraftstoff verursacht natürlich auch mehr Abgase. Sie sollen ein Ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein? Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Bremsverhalten. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Lenkverhalten. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente. Auch hier alles richtig. Bei der letzten Antwort, also die wichtigsten Bedienelemente. Gut, wichtig ist immer so eine Sache. Die meisten Bedienelemente sind immer an der gleichen Stelle. Du findest die Bremse immer unten in der Mitte, das Gas immer rechts und die Kupplung immer links. Der Scheibenwischer wird mit der rechten Hand bedient, der Blinker mit der linken. Es sei denn, du hast ein Fahrzeug, wo du auf der rechten Seite das Lenkrad hast, dann ist es umgekehrt. Was es zum Beispiel anders sein kann, ist die Anordnung des Warnblinklichts. Das kann jeder Hersteller unterschiedlich machen. Und zum Beispiel auch vom Abblendlicht. Manche machen da links unterhalb der Lüftung so einen kleinen Schalter hin, den man drehen muss. Manche machen in dem Blinkerhebel eine Vorrichtung, dass man den Blinkerhebel drehen muss. Und hier und da. Aber im Wesentlichen ist das Fahrzeug relativ gleich zu bedienen. Das sind alles negative Antworten, die klicken wir alle an. Das ist richtig. Wie sollten Sie sich bei diesen Sichtverhältnissen verhalten? Ich orientiere mich am rechten Fahrbahnrand. Ich schalte das Fernlicht ein. Ich reduziere meine Geschwindigkeit. Also rechter Fahrbahnrand ist immer gut, wenn man geblendet wird. Fernlicht bringt hier überhaupt nichts. Und das Reduzieren der Geschwindigkeit ist auch immer eine gute Möglichkeit. Denn dann hat man natürlich auch mehr Zeit zum Reagieren. Also pass auf, der Gegenverkehr ist natürlich schneller als angenommen. Das heißt, du denkst, der braucht noch so und so lange, bis er da ist. Und dabei ist er schon schneller als du denkst. Der Überholweg ist länger als angenommen. Das stimmt auch. Du denkst, du brauchst halt so und so viel Strecke zum Überholen. Und dabei dauert es doch etwas länger. Und damit befindest du dich länger im Gegenverkehr. Und das ist natürlich auch wieder schlecht. Radfahrer von links hinten. Okay. Ah, und von rechts. Die schaut auch schon so komisch. Worauf müssen sie jetzt achten? Auf den Radfahrer links. Auf die Radfahrerin rechts. Ja, da weiß man nicht, was die vorhat. Auf den grünen Pkw. Nee, Quatsch. Also Radfahrer, die können komische Sachen machen. Und die schaut ja schon so nach links. Deswegen auch die. Wozu kann ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beitragen? Zum vorausschauenden Fahren. Zur Verringerung des Unfallrisikos. Zur Einschränkung der Sicht. So, nochmal ganz kurz die Frage. Wozu kann ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beitragen? Also, etwas einfacher ausgedrückt. Was kann sich positiv ergeben, wenn ich mehr Abstand zum Vordermann lasse? Also, was ist besser, wenn ich mehr Abstand zum Vordermann lasse? Zum vorausschauenden Fahren. Genau. Denn wenn ich sehr nah an den Vordermann ranfahre, dann sehe ich relativ wenig von der Umgebung. Und umso mehr Abstand ich lasse, desto mehr sehe ich. Zur Verringerung des Unfallrisikos. Ja, klar. Zur Einschränkung der Sicht. Nein. Also, das wäre praktisch genau das Gegenteil. Zu der ersten Antwort. Die dritte lassen wir aus. Der Radfahrer möchte geradeaus fahren. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ja, wir lassen ihn. Ist doch kein Problem. Ich überhole den Radfahrer. Ich bleibe hinter dem Radfahrer. Also, ganz easy. Lässt ihn geradeaus fahren. Danach kannst du schön rechts abbiegen. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken? Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. Also, ganz kurz zur Erklärung. Wann dürfen wir nicht rechts am Fahrbahnrand, also auf dem rechten Fahrstreifen parken? Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind. Klar, das wäre blöd. Denn irgendwann kommt die Straßenbahn und dann, naja, kannst du ja selber ausmalen, was passiert. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist. Also, wenn von dem Fahrstreifen, auf dem du fährst oder stehst, rechts daneben noch ein Fahrstreifen ist. Dann wäre es natürlich blöd, auf dem linken zu parken, wenn auf dem rechten frei ist. Also, man parkt ja immer rechts, ganz am Rand. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. Ja, das ist natürlich noch besser. Also, alle drei Antwortmöglichkeiten sind richtig. Was müssen Sie bei der Beladung Ihres Fahrzeugs beachten? Ich muss die Ladung mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen sichern. Mein Fahrzeug darf die zulässigen Achslasten nicht überschreiten. Mein Fahrzeug darf die zulässige Gesamtmasse maximal um 5% überschreiten. Also, natürlich darf hier nichts überschritten werden. Weder die Achslast noch die zulässige Gesamtmasse. Und die Ladung muss natürlich dementsprechend auch gegen Verrutschen gesichert sein, klar. In welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiterfahren? Naja, also klar, wir haben Vorfahrt. Der Radfahrer bleibt auf der Vorfahrtstraße, deswegen, der fährt ja auch vor uns. Also, wir werden den Radfahrer ganz einfach vor uns abbiegen lassen. Danach fahren wir und danach fährt das gelbe Auto. Der Radfahrer? Ich? Der gelbe Pkw? Ja, richtig. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Ich sollte beim Fahren möglichst den oberen Drehzahlbereich ausnutzen. Nein, das solltest du vermeiden. Denn da verbraucht der Motor am meisten Kraftstoff. Ich sollte bei starkem Rauch aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen. Das solltest du auf jeden Fall, ja. Ich sollte bei längerem Warten den Motor abstellen. Jo. Also, immer wenn der Motor sich dreht, verbraucht er natürlich Kraftstoff. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? Also, Hund rechts, Katze links, Kind mit Hund. Klar, der Hund könnte über die Straße rennen und das Kind eventuell sogar hinterherziehen. Der Hund wird von dem Kind sicher unter Kontrolle gehalten. Der Hund läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her. Der Hund reißt sich los und das Kind läuft hinterher. Klar, kann beides passieren. Dementsprechend. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? Auf eine verengte Fahrbahn. Genau, das sagt ja schon das Gefahrenzeichen hier vorne. Auf einen verlängerten Bremsweg. Ja, bedingt durch den Regen und das Laub auf der Straße. Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug. Genau, wir haben ja keine Verkehrszeichen rechts vor links und man sieht nichts, weil hier so ein bisschen Gestrüpp rechts wächst. Und deswegen sind hier auch alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Das müsste die Frage mit dem Hund sein. Hinter uns befindet sich kein Fahrzeug, das ist wichtig. Jetzt rennt gleich ein Hund auf die Straße und wir führen eine Gefahrenbremsung durch. Wenn du nämlich im Rückspiegel ein, ich glaube LKW ist es, also der fährt dann relativ dicht auf. Und wenn du dann diese Frage bekommst, dann hast du bitte keine Gefahrenbremsung, sondern du fährst über den Hund drüber. Ich weiche nach links aus. Und ausweichen ist natürlich grundsätzlich immer blöd. Ich führe eine Gefahrenbremsung durch. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Genau, Lenkrad festhalten, Gefahrenbremsung durchführen und wenn der LKW im Innenspiegel zu sehen ist, dann natürlich, ich glaube dann gibt es auch Lenkrad festhalten, aber auf gar keinen Fall ausweichen und bitte nicht bremsen, sonst fährt ja der LKW von hinten rein. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? Ganz einfach. Durch gar nichts. Fertig. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten? Auch hier wieder, da winkt einer mit einer weiß-rot-weiß gestreiften Fahne. Ich muss vor dem Andreaskreuz halten. Ich muss rechts am Sicherungsposten vorbeifahren. Ich muss links am Sicherungsposten vorbeifahren. Das haben wir ja schon gelernt, wenn irgendwelche Einrichtungen wirksam werden, ob es jetzt das Licht ist oder ein Signalton oder dieser Bahnbedienstete, dann bleiben wir natürlich vor dem Andreaskreuz stehen. Ja, so, wir haben alle Fragen aus dem Grundstoff gemacht. Jetzt geht es im nächsten Video weiter mit dem Zusatzstoff Klasse B. Also wie gesagt, der ist dann nur für diejenigen, die den Autoführerschein von euch machen. Der Grundstoff kommt in jedem Führerschein dran, den brauchst du unbedingt. Und wenn du den Autoführerschein machst, dann empfehle ich dir natürlich, den Kanal kostenlos zu abonnieren und keine Videos mehr zu verpassen vom Zusatzstoff. Wenn du irgendwelche Videos verpasst hast, rechts oben bei dem I kommst du auf die Playlist. Da kannst du dir dann alle Videos mit allen Fragen nochmal anschauen. Und wenn du besondere Schwierigkeiten hast, dir die Fragen und Antworten zu merken, dann empfehle ich dir meinen Videokurs. Bis zum nächsten Mal.